Hallo Leute, heute mal wieder bei einer Runde LOL Was heißt bei wieder einer Runde? Ich habe ja lange kein Video mehr gemacht, ich habe gedacht wir fangen jetzt mal wieder an und machen mal wieder ein Video und da ist mir halt nichts besser eingefallen als LOL Und ja, ich spiele es mit dem eindeutigen Nichtblitzcrank, dem Faber Hallo Der ist hier mit meinem Teamstream drin So, ich bin mit Lainalala und spiele gegen einen scheiß Welkotz Dieser neue Champ da, der ist voll behindert und hesslich Der ist ja auch Was? Ja Der ist schlimmer Nein, der ist geil Als Gegner Ja, wen hast du denn? Twitch? Ja, was? Twitch im Jungle? Oh nee, das ist voll nervig Ich habe jetzt in einer voll okay Range, Alter, da kannst du dich an Tower flashen, der schießt sich trotzdem immer nach oben Wollen wir mal gucken Ja, geil, weil ich jetzt so mit Aufnahme beschäftigt wäre, habe ich erst mal vergessen, Items einzukaufen Richtig Premium Ja, man sieht schon, ich bin der Overskiller Super Wer braucht schon, wer braucht schon Items, man Oh, jetzt habe ich, Alter Hallo, Nida Ja, Halsmaul Kann doch jeder mal vergessen, Mann Ich habe mich halt, äh, vergesen, dass ich, äh, Heidus kaufen muss, Mann Mopbe mich nicht Gute Behindert Hab deine Mutter Deine Mutter Halt deine Mutter, genau Halt deine Mutter, du Mann Mama Mama, der beleidigt mich Ich werde von Kindern im Internet gemobbt Oh, nee, ey Ja, am Lasten bin ich auch richtig Premium, sehe ich gerade Oh, jetzt aber Den will ich auch haben, oh Yeah, ich bin richtig Ja, weißt du doch Ja, weißt du doch Oh, da ist der Kotzebrocken Ach, mit seinem komischen Bildstrang Ja, Mann Ja, Mann Mann, ich will, voll schlecht, Alter Der Weltkotzt trifft aber auch nicht Oh, oh, hüh, 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 getroffen Ich bin der Besteste Mann, siehst du, ich kann den Hohl treffen Nur Lasten kann ich nicht Was konntest du? Ma, ja, genau Ich treffe natürlich das Minion, was da steht Oh, ist der besoffen? Wahrscheinlich Lol Was zur Hölle? Fick dich Was? Da flascht der sich auch noch hinterher, ey Wat'n Wichser, ey Ma Ja, was soll denn, der scheiß Raum flascht sich der Spasta noch, Alter Egal, Mann, er ist auch frägt, Hurensohn, Alter Wat'n Spast, ey Öh, ich bin so greedy, ich muss die Kille noch haben Öh, ich flascht schnell jetzt hinterher Wichser, ey Voll der Hurensohn, ey Voll der Hurensohn, ey Das ist so schlecht Report ihn mal, ey Verbiegen, ey, greedy Hurensohn Vor allem Level 6, Alter, dann kann ich den auch besser ficken, ey Maa, Mann Mit so einem komischen Pimmelstrahl, ey Maa, fickt dich doch, ey Ich die ganze Zeit dieses Kack-Minion davor treffe, ey Ach komm, halt's nul, ey Der einfach die ganze Zeit nur... Wie der, wie der, wie der grad wieder rumswimt Ja, der spamt die ganze Zeit seine scheiß Fähigkeiten, Alter, dieser Bastard, ey Mein Gott, ey Ja, natürlich trifft ich dieser Wichs-Strahl noch, ey Alter, wie der die ganze Zeit... Ja, komm, Alter Guck diesen Lappen mal an, Alter Ja, deine Mutter, Alter Scheiße Ich hätt ihn wahrscheinlich eh nicht gekillt, also insofern Ja, natürlich, Wei Natürlich kommst du dann rein und mir nicht... Nein, lass mir nicht den killen Passt schon, Wei Nimm ihn einfach, nimm ihn mir einfach weg Du dumme Hure, Alter Man kann ja nicht warten, bis ich um die Ecke komme, um Sperr zu werfen Nein Ja, was soll ich denn mit meinem Noob-Jungler hier sagen, Alter Ohne Scheiße Kommt da rein und klaut erstmal eiskalt die Kills Boah, mit Wilden Schon super an, ne? Ja, richtig geil Weiß jetzt kann ich hier nicht mehr nur... Ich hasse es, wenn ich mit Nylinder noch die Katze machen, weil da kannst du so kacke Farben mit, ne? Ja, die hast du ganked Oh, nee, ey, von dem Behinderten Twitch, Alter, wie kann man Twitch-Dange spielen, ich bin jetzt richtig... Das würde ich auch kein Wissen LOL, getroffen, oh, ich bin die Besteste, Alter Ahaha Und wieder getroffen, oh mein Gott, guck dir sein Leben an, er ist gleich tot LOL, Alter, guck dir sein Leben Guck mal bitte, dass Vayne das geschrieben hat Bau du Hurensohn, Alter Man merkt schon, meine Botlane ist richtig intelligent JA! Bastard, Alter Komm, wo ich gewesen bin, Alter Ah, ja, wer kotzt hat, der gelitten, hat zwei Speere gefressen, der dritte hat dich gefickt, Alter Was ist los bei dir? Sind die halt so zurückgeblieben? Sind die halt so... Hier, kill for me! Haha, Blitzpack OP LOL, schlecht Oh, da war der, da war der, da war der Twitch, Alter Ich hab's gesehen, Alter, jetzt ist der Twitch hier Oh, ich hab's doch mal, ich guck doch mal, welche ich gemacht Gegebot los, wenn sie so scheiße spielt Ja, sie hat geschrieben, bei Twitch zur Lane kam Nice SS Oh, guck dir das, oh, 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 Twitch, Alter, hast du Sperre geschleckt, Alter Ist mir's egal, was ich die Flash hat, um ihn kill zu holen Haha, als würde es fangen, lohnt sich das ja auch richtig Oh, da ist Vaykotz schon wieder, komm, gib mir doch Level 6 mal, dann knech dich hin Vielleicht ist das useless, vielleicht ist das Bronzplacer, was geht mir grad so am Arsch vorbei Ich hab'n kill, der ist war'n Bronzplacer Bronzplacer, ah, du, die Flash, oh genuinely Wieso? Ich hab'n Schlecht der Typ, Junike Wie ich ihn rasiert habe, alter, wie ne feuchte Muschi, ey So geht das, alter Typhoos the XP, dir misin verarscht Das ist das auspiepen Ah, ne, warum Schade. Magst du keine Feuchten-Muji? Doch, aber... Ich wollte doch mehr lustig, dass du in der Arbeit rettest. Leck mich! Guck mal, ich mag dich doch. Ja, ich merke dich schon. Oh, Mann, Alter. Ach, Mann, bitte. Ups, ich verarscht. Die Gegner für Reiner hat sich davon schwer gerettet. Finde ich schön. Okay, jetzt höre ich mich. Meine Fresse, Alter. Wie die Kutusse die ganze Zeit in meiner Mitlein rumgerückt, Alter. Boah, jetzt hab ich erst mal nen großen Stab, Alter. Jetzt klatsch ich dir so in dein Gesicht, Alter. MA, ich dachte, ich treffe. Könnt du mich jetzt trollen? Voll getroffen. Oh, wie sie jetzt dann... Wie sie jetzt Schiss hat, Alter. Wie ihr jetzt Schiss hat... Ja, na klar. Alter. Okay. Vayne und Nidalee ist genauso OP wie... Loll, ey, das wär dir nicht... Alter, warst du zum Teufel. Mann, wie, komm doch her! Äh, gelösst du soll die beiden mal Bot ganken, Alter. Was guck die ganze Zeit auf mich, als ob ich mit kein Hilfe brauche, Alter. Sieht so aus, als ob ich mit kein Hilfe brauche. Du hast drei Kills. Och, Benny, bewegt dich doch einfach mal... Bügt doch einfach mal den fetten Arsch, ernsthaft. Netten Damage macht das schon, ey. Alter. Nee, wie wusste ich nicht. Deswegen haben sie sich auch instant angegriffen. Oh mein Gott, Junge! Ich bin ein Gott, Alter! Wie ich die genommen hab, Alter! Ich bin der Besteste, Alter! Wie ich wieder mit dem Sperr gefistet hab, Alter! Oh mein Gott, ey! Geh nach Hause, Alter! Go home, you're drunk, Alter! Wie ich ihn wieder gefickt hab, Alter! Dieser behinderte Twitch, man soll sich mal verpissen gehen, Alter! Weißt du, der hängt jetzt schon... Der gehängt nicht mehr, der hängt nur in der Mitteln ab, weil der Velcots Dauer sterben ist, ey. Ja. Recht peinlich, ey. Traurig, traurig. Na, da ist Velcots, wie er mit Level 5 gegen Level 8. Ahaha, kack, Noob! Ich bin jedes Mal weggefickt, der. Was, der ist nun voll Level 6? Nein, ich bin jedes Mal weggefickt! Ich bin kurz voll Level 6, also mein Bot ist schon 6. Der steht nur noch am Tower, jetzt. SS, ey, übrigens SS, keine Ahnung. Oh, lol. Ich wollt eigentlich gar nicht, wollt meine... Oh, ja, erstmal unnötig Schaden bekommen. Oh, Mann, das wie... SS übrigens, ne? Jo. Oder er ist nur ganz weit hinten, weil er so viel Schiss hat. Ich hab's erst mal hinten, ne? Twitch Top ist doch schön! Woll den Keks! Ich hab keine Grabs mehr. Ich bin behindert. Genau wie du. Ich sterbe einfach mal besser als meine ADC. Lol, er macht einfach mal sein Ulti. Alter macht das Damage. Sein Ulti macht ja nur minimal Damage, ne? Hehehe. Der flasht sich gleich wieder in Tower. Oh, Mann. Ich sterbe gerade einfach an Speeren. Ja, ja, ja. So fühlt sich mein... Andere Freund da glaub ich gerade auch. Ja, ja. Na komm. Ja, das ist mein Ding. Ich nix deutsch. Ah, nee, nee. Komm schon! Oh, Schleck, komm mal. Twitch Top, Twitch Top! Twitch Top! Twitch Top! Twitch Top! Twitch Top! Boah! Mann, ey, was ist denn das denn? Irgendwie ein Minion davor, oder was? Jaaa, good job, alter. Beste Mann, ey. Unser Team gerade, ey. Wie der Wellcourts auch nur noch am Tower hängt, alter. Der Schwast. Da frisst. Boom, alter! Getroffen, alter. Wie viel Leben hat er noch? Fast tot? Scheiße. Natürlich, wo ich Tower gedivet. Da meine Welle zu behindert ist. Boah, ich bin so geil, alter. Hab ich ihn wieder mitgenommen, alter. Den Affen. Wie schlecht der doch ist, ey. Ach, Twitch, komm halt's Maul, ey. Komm, friss schwer. Scheiße. Oah, nee. Hier Twitch haben wir die ganze Zeit nur Midlane rumgucken. Ich warte noch, dass alle in der Midlane kommen, alter. Weil ich sie so fick, ey. Ja, hier Doppel SS, ne? Ja, okay. Ich bin hier schon unten so im Busch. Ich komm mal Twitch nicht ran, der steht halt perfekt hinter Minions, alter. Ah, da ist Wildkotz hier mit. Der ist grad Level 6. Herzlichen Glückwunsch, Wildkotz. Au, kacke. Boah, ich wusste es, alter. Kopf für Arschen. Ich wusste es, ey. Ich hab's gerochen, ey. Ich hab's gebabysittet, ey. Von... Mr. Twitch. Ja, na klar. Eigentlich ist Blitzcrank Reign-Kombi übertrieben OP, aber sie ist einfach nur zu behindert. Ist so... Ja gut, aber Blitzcrank und Jinx ist besser, weil mit den Fallen durch die Fallen pullen. Das funktioniert ganz gut. Ja, meine Vayne hat, äh, keinen Kill. Die Gegner hat 3. Ich bin der einzige auf der Bot-Line, der auch einen Kill hat. Unserem Team zumindest. Hör doch auf, die Vayne wegzukicken, wenn ich sie graven will. Ist sie denn behindert? Und dann wird's auch noch stehen, wenn's Speer kommt, alter. Läuft. Hm, Speer, lass mal knutschen. Oh, nicht schon wieder, man! Oh mein Gott! Ja, komm, alter! Herzlichen Glückwunsch, alter. Ohne Scheiße. Wie schlecht diese Tussi einfach ist, alter. Ey, komm! Vayne! Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Der behinderte Twitch ist die ganze Zeit mit-Lane, man. Der geht mich so auf den Sack, alter. Der kann's ja auch noch unsichtbar machen, der Hurensohn, alter. Meine behinderte Vayne könnte schon 3 kills haben, aber... Komm, alter, komm! Fick den Hurensohn in die Wand, alter. Ohne Scheiße. Boah, wie mich der aufregt, alter. Weißt du, die ganze Zeit ist der behinderte unsbare Huren-Twitch, alter. Dieser Huren... Boah, nee, ey. Seiner behinderten Ulti, ey. Boah, kotzt mich das an, alter. Weil, kotzt, du bist so schlecht, einfach mal, ey. Du nix kannst, ne? Ficks-Figur, ey. Das ist nicht dein Ernst, jetzt, Vayne, ne? Das ist einfach nicht dein Ernst, oder? Ach komm, ich komm, Botler hat einen Clutch, steh in den Sperre, Alter. Cool, dann wieder weg. Komm her, ey. So Fresse. Ey, 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 bis auf. Hä, wie wär's, wenn ihr mal entcaged? Ja, ich bin fast tot. Vayne macht 3 Schüsse. Ja, wie die da schon wieder, wie die schon wissen, wo ich bin, weiß, die haben alles gewordet, ey, die Ficke, ey. Nein. Mann, wei, engage doch, du Spaß! Geht doch! Perfekt. Okay, das war richtig schlecht. Ja, keine Ahnung, irgendwie hätte ich grad so... Leichte, äh... Nö. Alter, was zur Hölle! Geh weg da, geh weg da, ich bin schon tot, Mann, die sind da alle. Ja, ich hab's merkt. Irgendwie hatte ich da grad so leichte... Leichtes AIDS, keine Ahnung. Besoffen. Der ist mir nie zu gut. Ja, unser Team ist wieder richtig Premium, ey. Ja. Von mich wollt ihr ja nicht mehr geworden. Ja. Du wirst dazu gezwungen. Aber jetzt sollten die Beile hier auf der Bat, willst du mich ver... Ey, Vay kotzt, der kriegt doch nix geschissen gegen mich, ey. Ist doch klar, dass jetzt da unten rum... Der kriegt doch so nix geschissen. Was hat da unten jetzt rumpupst, ey. Wann sind sie zu dritt? Vier! Vier, ich bin auch hier. Geh doch weg, ey, Vay. Au. Au. Kannst mal einen pullen? Möglichst, äh, treffen. Machst du da, Alter? Ich, äh, behindert sein. Ja. Sterben. Soll ich da bin? Oh. Ja, komm. Bleiben die einfach alle da drin, ey. Boah, mein Gott! Ja, jetzt kriegt die mein... Oh, mein... Wie dieser Spasta auch noch im Busch hockt, ey. Hab's doch. Wo ist er denn? Wer war noch? Wow. Ist der behindert eigentlich? Das war sein Tod. Ach. Ich hab' ihn gar nicht richtig gesehen, halt. Ich hasse das, wenn ich oben bin, da ich mit fester Kameraspiele. Also, dann seh' ich nicht mehr. Das ist doch okay, Vigi. Mein... Ist der Blubuff da? Den könnte ich auch mal gebrauchen. Aber das ist unser Jungle natürlich auch nicht in der Lage, den mir mal zu geben. Sehr langweilig. Oh, ne. Ja, siehst du, jetzt muss ich meine Lame verlassen. Jetzt hab' ich meinen Tower deswegen verloren. Toll. Wo ist der Hurensohn, ey. Da ist er. Oh. Good job. Good job, Alter. Fick dich, Twitch, Alter. Fick dich ins Knie, ey. Ganz ehrlich, ey. Junge, der spielt Master hier und verkackt ist einfach. Schon peinlich, ne? Es ist der einfachste Scham, den man wirklich... ...doll ist. Ach. Mach's dir hier schon kompliziert. Ich... Ich... ...ich... ...dass ich... ...ja... ...weir hat man's ja nie zu spielen, das behindert, aber dann eh nicht zu können, das ist schon traurig. Ja, das kannst du doch auch sein. Aber wenn ich noch ein bisschen verloren gehen... Ja, ich... ...brochen wir hier Mana-Item, Alter. Träne der Götter. Nee, 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 nee. Kann man Master hier doch so verkacken. Was? Was? ADC? Ist auf der Top... Welcher ADC? Mann. I don't need ADC. Ja. Fliss Crank. Fliss Crank, man. Oh, Mann. Pfff, Alter. Was zur Hölle. Ja, deine Mutter, Alter. Erstmal gleich hier kneiten, Alter. Lol. Wo ist sie? Hä? Die ist hinten im Busch, wetten wir? Sag ich doch. Boom! Ins Gesicht, Alter. Ohne Scheiß, man. Rasiert hab ich die. Guck und endlich krieg mal drei Stück, äh... Oh, und die Bot den Toplane ist mal wieder schön am Feeden. Ich krieg drei Supports, Alter. Endlich mal wieder. Oder mal wieder. Meine ersten drei Supports sind das. Guck meine, guck meine Top an, Alter. Boah, da ist ne Falle drin gewesen. Ich muss noch ein paar verteilen. Ja, wo kommt sie? Hier, cool. Ja, und? Ich steh 13-3. Trotzdem. Jetzt ist er tot. Warum reißen wir hier ein den Scheiß, ne? Komm, die ficken wir gleich, Alter. LOL! Was die... Oh, ne... Alter, WTF, Mann! Hast du den Kick gesehen? Na klar. Die, die... Scheiße, ich dachte ich treffe. Werden ich gegrabt hab. Loll, Alter. Ja, ich war's los. Ja, scheiße, Alter. Ja, gut, da können wir auch nichts machen. Da kam der Wichser noch von hinten, ey. Fick, ey. Ja, und Velcost auch noch. Ja, klasse, Alter. Wie die... Einfach jedesmal alle auf uns draufgehen, Alter. Die hassen uns doch, ey. Ja, Mann, ich bin so schön. Alter! Warum mit ne Vaynen Blue-Buff? Alter, Leute! Gib ihn nicht mir oder so! Ich... Ich brauch keinen Blue-Buff. Was will ich mit nem Blue-Buff, Alter? Applaus ist nach 20 Minuten den ersten Kill zu machen. Bin beeindruckt vom ADC. Alter, WTF, Mann! Fein! Ey, wie schlecht die sind, Mann. Ohne Witz... Nein! Gib... Gib es nicht, gib es nicht, denn ihr die 14 Vierter mit unendlich Bären, deren Gesichter werfen kann. Nein! Gibt's ne Vayne! Die brauchen Blue unbedingt! Alter! Willst du mich verarschen, Mann? Einfach mal mir den Blue zu lassen. Braucht man ein bisschen Farmen, Mann. Das ist doch Bullshit, Mann. Ich hab mal die Niederl die halb down gemacht. Oh je, es kommt doch grad so viel hin, Alter, ey. Lol. Oh shit. Fick dich. Nein, Mann! Da kelt mich doch der kacke Knight! Boah, wie gefehlt ist dieser scheiß Wukong denn, ey? Ja, 7, 6. Ja, ich kann nix gegen ihn machen, ich bin doch mal fernkampft, wenn er da auf mich zugefickt kommt. Ja. Mit seinem Pimmelstrahler, ey. Na, Master, ey, was zu tun? Ey, Master, ey, du, geh doch drauf, ey! Was ist los mit dir? Sag mal, die Vay kämpft da um ihr Leben, weißt du? Und du, kack, du guckst da oben irgendwo durch die Gegend, Alter. Oh mein Gott, dieser Master hier, Mann, ohne Scheiß, ey, der ist so minderwertig, ne? Oh mein Gott, ey, Report vor Hurensohn, ey. Wie schlecht der einfach nur ist, ey. Alter! Vayne, das ist doch hier! Wo sind die Wichser, ey, da oben, okay. Ich wollte schon sagen, wenn ihr jetzt den Ki wieder nicht kriegt. Was? Der andere Wichser ist da auch. Oh, Wukong. Nö, ich geh jetzt weg. Ich ping der sogar, dass er weggehen soll. Wir sind hier immer noch auf Top-Lane. Keine mehr drin. Nö. Nö. Oh, ein Stück, die da oben lang rennen, dass ich die Wukong noch auf die Fresse geben kann. Hm. Good Job, die Weiber. Ich komme. Good Job, Alter. Alter, wie viel Sch... Ja, das steht 6-4, der Typ. Fick dich, Alter. Komm, gill dich, gill dich. Ich war auf cool da, und was soll ich machen? Ach so. Ja. Not Wayne, Alter, ich rette die so oft und sie verkackt sie einfach trotzdem. Ja, ich weiß, was du meinst, ey. Voll, sie rennt, hinter hier steht Wukong, ne? Sie rennt nach da, anstatt nach hier unten, dass ich ihn Wukong graben kann, und dann stirbt sie. Voll behindert, ey. Ich bin nicht umsonst der einzige Jam, der ran graben kann, Alter. Ja. Hm. Schlappes. Von Wurm holt sie sich jetzt den Farm von, äh, von Bye. Versteht, die Vayne ist eh total behindert, Alter, Junge. Ich bin nur der einzigste, der hier was geschissen kriegt, ey. Ja. Die Vay, die Vay ist okay, aber der Rest ist einfach nur behindert im Kopf, ey. Ah. Ja. Toll, jetzt ist die weg. Jopp. Weißt du, für den ADT brauche ich keinen Farm, der ist safe für den Arsch. Ja. Genau. Ich hoffe, wir den Count ab, du. Wei, brauche auch. Du kriegst das auf die Fresse. Oh, ne Witz, statt den Adi von mir zu geben, Alter, damit ich auch mal hier die ganze Zeit, äh, naja. Ich, ich stack mein Item, mein... Ich glaub, das ist Erzengel von Yoko noch, Mann. Wo sind die, ey? Alle weg. Hier haben wir die Minions weggemacht. Nee, nee, nee. Oh Gott, was geht da denn ab, ey? Okay, das geht schon mal. Ja, lol, Alter, weil, ey, ja, ja, komm, man, dann fick dich doch was, da, ihr habt Haare, ey. Wo sind denn die, ey? Die sind vorne dran, weg. Oder da. Pull. Da oben, Mann, geh doch den Eier, oh, lol. Der gibt mehr Geld. Der ist Level 16, Alter, was ist los mit diesem Master Yi, Alter? Oh, Wayne, du bist doch so dämlich, Alter, ohne Scheiß, ne? Oh mein Gott. Nun los, Wayne. Das kann nicht dein Ernst sein. Ja. Super. Ist das einfach dein Ernst. Wie schlecht kann man sein, ey? Master Yi, nun komm, Alter! Ey, das kann der mal, sag mal! Ey. Whoop! Oh, nee, ey. For me, please, Alter, was für Master Yi, Mann? Ich finde jetzt, der stimmt da jetzt gleich, wetten. Oh, Alter, das geht. Ich geh noch mal wetten, dass der jetzt gleich drauf geht. Kann ich sowas machen mit wetten? Der gleich... Oh, shit, Alter, guck dir mal das Leben von... Ey, der hat noch 60 HP! Und der Yi, was? Was, Mann, Alter? Wie hat der denn nicht mehr getroffen, der Speer, Alter? WTF, Mann? Ja, die war zu weit. Was? Oh, der hat sich natürlich vorgestellt, sonst ist der jetzt die Wangen gehabt. Alter, ich hab ihn getroffen! Aha, Wayne, du Lappen! Komm her, fick die. Fick dich selbst, Alter. Komm her! Boom, Junge, Alter! Boom in dein Gesicht, ey! Aber richtig hart gefickt, Mann! Fuck. Wie op... Da war's ja hier drauf. Ja, also ich hab' deinen Blue-Buff! Ja, ich hab' den Blue-Buff! Gut so. Ey, der wie ich dich gefickt hab', Junge, ohne Scheiß! Ja. Fick dich selbst, Alter, ohne Witz, Mann. Schade. Oh, die rennen genau in die Ersperr rein. Oh, die rennen genau in die Ersperr rein. Und... Oh, jetzt weg! Scheiße! Na, wo sind sie? Da ist einer! Oh! Na, scheiß auf! Gott, der ist auch weg! Lol, WTF! Ja, komm, das war Irkel! Ja, komm! Oh, ich hab' schon mein Ding auf! Ja, nice! Nice, nice, nice! Nope! Hahaha! Oh, geil, weil ich hab' schon mal einen Erzengel-Ding ins Kirchensilte. Oh, komm' her, Alter, die nehm' nicht mehr, Alter! Die Olle! Fillea, 35! Was schreibt der jetzt? Ähm... Geh mir der jetzt. Ich glaube, wie wenig Schaden hat der Magier-Resistenz oder so? Schade, aber gar nicht so viel. Ich wollt' schon sagen, wenn das jetzt ja hier geschrieben hätte. Oh, Mann, ey. So, Wayne, jetzt bist du aber fällig, ey. Ach, da ist ja noch Tower! Oh, 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 bin ich behindert? Das bist du auch so, keine Ahnung. Ich hab' auch grad gealtert, da war ja noch Tower, oder? Alter! Ach, ich geh das was durch, dass er Wayne jetzt... ...die jetzt zu anderen Wayne haben ist. Nee. Und unsere Wayne ist ein bisschen behindert. Oh, lol! Oh, wie ich die abgelenkt habe! Hat wieder nicht gefeilt, dass wir alles kaputt gemacht haben, ey. Nice! Ah, der hat... Der weg! Das Zeug! So! Ich hab' tot mit dem Kran, oder? Ich hab' mal Vale's Dings geguckt. Komm! Scheiße, Alter! Der wär' insta-tot gewesen! Der Speer hat nämlich auch getroffen! Oh, den Flash, ey! Scheiße, ey! Hast du, äh... Hast du, äh... ...mach ich selbst von Vale gesehen? Nee. Ich hab' 3-14. Ach, du Scheiße, man! Der hat ja auch in der Mittelein so auf die Fresse gekriegt von mir, ey! Ah! Oh, nein! Oh, wie wenig Leben haben die denn? Oh, nein! Oh, mehr! Oh! Du hast wahrscheinlich irgendeinmal getroffen! LOL! Wie hat der denn nicht getroffen, WTF, Mann! Ich krieg' dich noch, Alter! BAM! Alter! In dein Gesicht, ey! Was? Wie das denn jetzt nicht ihr Spiel selbst verwirrt? Oh, der hier kriegt was auf die Reihe! Was da los? Nicht erwartet, dass er sowas hinkriegt! Ich geh' einfach wegpenetriere, ey! Alter, ich hab' 4000 Gold! Warte! F***! Ich hab' grad mal auf mein Gold geguckt, Alter! LOL! ALTER WTF, Mann! Hilf mir doch! HÄH! WTF! Was sollt' ich da bitte helfen? Hä? Warum gehst du nicht mit rein!? Ja, weil ich vor gefokust war! WTF, Mann! Ich dachte doch, dass du in Towertankehst! RINNN nin... Er rennt einfach weg, weiß? Ich geh' da rein mit voller Körpereinsatz, ey! Ist weg! Egal, ich habe 4500 Gold, ey! Gehen wir mal mal einkaufen. das ist gleich ein schönes gameplay was wir hier aufnehmen als erstes joa ich denke ich hab jetzt auch mal... ah jetzt hab ich 700 AP man läuft jetzt hab ich mir erstmal hier mal genial sehen schneller geholt, dann kann ich mir noch ein bisschen schön stillen kannst du das voll noch oder jetzt komplett hoch? ja das komplett hoch, kannst doch nie folgen, bist du bescheuert? ja etwas schon ne ein bisschen wenn du so fragst ja ah der wird eh gewonnen echt? nein, nicht finischen mann, die haben aufgeben, 5-0 für ne aufgabe ok, dann haut du mal rein kinder, so und tschüss